So romantisch kam Nico Schwanz von seiner neuen Liebe. Apolda, seit kurzer Zeit schwebt Model Nico Schwanz mit seiner neuen Freundin Vanessa Schmidt auf Wolke 7, und er kommt aus dem Schwärme nicht mehr heraus. Zu vorkommend, liebevoll und zäglich soll die Miss Tuning 2017 sein, das Farid der Thüringer Promi-Flash. Die beiden hatten sich vor wenigen Monaten über gemeinsame Freunde kennengelernt und lassen ihre Fans auf ihren Instagram-Accounts regelmäßig an der neuen Liebe teilhaben. So ist es kein Wunder, dass Nico Schwanz gar nicht anders kann, als von seiner Vanessa zu schwärmen. Sie sieht toll aus und das Innere ist einfach Bombe, sagt er. Und auch als Vanessa plötzlich ins Krankenhaus muss, steht Nico ihr bei und begleitet sie in die Notaufnahme. Nach der öffentlichen Schlammschlacht mit Ex-Freundin Saskia Azzorut scheint Nico also wieder so richtig glücklich zu sein. Und auch bei uns 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 bei